und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge survival of the fitness und heute mal mit kamera und ja mal sehen wie es jetzt läuft mal schauen bin mal sehr gespannt und ja score von 1.531 in der runde also nicht so hoch und ja mal sehen was wir hier reißen können ich bin mal über gespannt was wir jetzt hier so bekommen da hinten an meiner bis jetzt besten stelle im free for all muss ich sagen da habe ich ja mal ein spiel unten rechts bekommen aber ja man kann das ja auch nie so wirklich vereinheitlichen dein ernst ja hat die nicht viel gebracht oder was super schlägt er mich ein paar mal ok wir laufen aber jetzt erstmal weg bevor wir irgendwas craften ich habe schon wieder vergessen die spitzhacke runter zu legen idiotisch 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 wie immer so dann hätten wir wieder level up und jetzt weiter mal sehen wie wir das jetzt hier gebacken bekommen mit allem doradillo nicht gut zum viel will ich mich erstmal nicht anlegen weil ich noch nicht das hier hab oh ja ich habe jetzt ein schwer mehr scheißvieh halt hätten wir auch schon ja nice ok das hier ist ein gutes versteck das wiederum nicht aber egal dann können wir jetzt erstmal das hier machen stellen wir schon mal ein paar pfeile her auch wenn wir noch keinen bogen haben aber das kann ja noch werden noch mehr jetzt müssen wir das hier erstmal durchkloppen weil jetzt hänge ich ja hier fest ach äh baum bogen feiber naja fängt doch schon mal gut an wait hoch und jetzt mal ein bisschen leben movell speed machen wir gleich perfekt davon auch nochmal was machen wir vorsichtshalber schon mal einen ein lagerfeuer falls wir da demnächst noch was machen können oder so das weiß man ja nie so jetzt gehen wir mal auf move and speed und ich hau jetzt mal die steine weg das metall so zum team haben wir jetzt auch was und dann gucken wir jetzt mal dass wir irgendwas finden was uns helfen kann zu gewinnen oder zumindest erstmal länger zu überleben zu überleben ne hier ist nichts dann rennen wir mal hier rüber vorteil jetzt super fork tiere können es noch sehen aber hier ist es so wenig das wir selbst jetzt auch nicht sehen aber wir unentdeckt hier durchkommen so fertig das hätten wir dann machen wir mal ne height rüstung ja ohne fiber ist das leider nicht möglich das ist ja mal klar movement speed hoch und jetzt mal height rüstung machen drei teile das ist schon mal nicht verkehrt so dann werden wir jetzt schon mal ein bisschen besser ausgerüstet und da wir jetzt gerade nichts groß sehen und es sich nicht lohnt einfach doof in der gegend rum zu stehen mache ich mal das hier und stelle ein bisschen vielleicht ja hier ist sogar ein bisschen gut geschützt also passt das ja auch genau und jetzt geht es hier schon los wieder dass man was sehen kann und jetzt schauen wir mal dass wir hier was finden denn benötigen tiere und wenn es lediglich die los sind ok das ist jetzt krass ok die kann ich vergessen aber sowas von hey den tame ich mir ja nice ja so tampt man sich doch mal Dino die drohnen weg genau komm her ernsthaft ja Dino er leg die mal hast du doch schon ordentlich level ab ja eins das sind oh wow 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 ah Dino mach deine arbeit den zu trainen hätte keinen sinn gemacht also töten wir den gut vielleicht hätten wir das haben wir aber jetzt mal in Dino rein das haben wir weg und dann kommst du mal mit kleines Vieh da 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 ja äh ist jetzt unser Glückstag heute oder was äh passiv nein 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 ach der ist tot also so ein Glück muss man erstmal haben dass die sich hier alle gegenseitig betäuben das hatte ich auch noch nicht äh ist hier was im Wasser nee Dino tot dann haben wir gleich den Trike und äh den Dino da hinten und das sieht ein bisschen äh verrückt aus mit dem hier Dino der okay ich muss mal bei Steam noch den Ton ausstellen wenn ich äh Screenshots mach äh ja gut hätten wir aber jetzt dann mach ich mal weiter movement speed und leveln 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 ganz ganz wichtig und wir brauchen wieder Betäubungspfeile mit dem Partieren können wir nichts reißen das weiß doch jeder jetzt gleichen wir das wieder aus gehen wir ein bisschen auf Leben und jetzt müsste der Dino der Dino ist schon fertig das passt und die Leiche da unten von dem anderen Dino den die werden wir uns jetzt mal was ja ähm okay da vorne ist ein Spieler Leute da ist ein Spieler aber der wird jetzt wahrscheinlich sterben an Sweat Rikes ja brauche ich gar nichts mehr machen der wird sterben nice aber wir können mal gucken was der so dabei hatte guck mit ja äh perfekt man das 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 so danke 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 mein Freund damit hast du mir achso der hat mir noch gar nicht gefolgt das war das Problem 25 Pfeile okay Betäubungspfeile hätten wir jetzt gleich erstmal massenweise 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 da fällt mir ein ich muss den ganzen Spaß mal eins verschieben da wir miet hier rein das mal weg das auch weg der Trike ist fertig hey Trike auch wenn du fast tot bist es passt es passt es passt es passt Force Feeden ja es bringt halt nicht viel der muss sich selbst heilen aber vielleicht kann er uns ja noch irgendwas retten Happy Wardrop okay da dürfte ja eigentlich nichts passieren das hätten wir Metall hauen wir weg einfach nur eine Sicherheitsmaßnahme und jetzt gucken wir nochmal das wie ein bisschen ohne Bronto habe ich ja einmal versucht zu dämen habe ich auch geschafft nur lohnt sich nicht leider haben wir jetzt aber erstmal Beeren rein bevor wir unser Fleisch jetzt verbraten so brauchen wir trotzdem ein Fleisch hinterher okay eins zwei drei vier komm machen wir das einfach mal und weiter machen wir nochmal ein Level ab okay da stemmen die Leute aber jetzt weg wie noch was überhaupt nicht toll attackiert mal das gut gemacht gut gemacht gut gemacht jetzt laufen wir hier weiter und schauen ja aber guck mal hier der Trike sieht doch schon wieder es sieht doch schon ganz gut aus bei unserem Trike der regeneriert sich doch echt schnell von selbst und jo das passt dann gucken wir mal hier jo die kommen alle hinterher da hinten war ein Spieler da ist ein Spino hoffen wir mal noch nicht getamed sieht schlecht aus ne oh gut sehr sehr gut das sieht sehr gut aus okay attackier mich okay der liegt also nehmen wir den mit einshaft oh der ist tot ja danke okay Level ab auch wenn das nicht viel Auswirkungen hat aber man weiß ja nie okay der Trike hängt fest das ist aber gar kein Thema der kann sich selbst frei knüppeln ernsthaft ich dachte gerade schon der Baum geht nicht kaputt das wäre jetzt das größte gewesen noch so dann machen wir mal was wir lassen die jetzt mal hier stehen ne stellen wir jetzt zumindest auf neutral gucken wir jetzt mal dass wir den Spino irgendwie bekommen können oder ob wir ihn bekommen okay laufen wir mal weg und machen das mit dem Trike das bringt dann um einiges Level für den für uns natürlich auch aber hauptsächlich für den Trike außerdem geht er schneller ja fress dich voll so hier jetzt hat er ordentlich Level bekommen komm jetzt mal her hör auf blödes Vieh so jetzt das wollte ich aber eigentlich gar nicht ich wollte den Spino ich wollte den lieben Spino haben nein drink water schaffe ich das schaffe ich das ja nice oh nein der hitter alles klar der läuft durch ich glaub's nicht der läuft durch den Stein da ist noch ein Rex ich werde sterben auf die wie sie Vielen Dank.